Du interessierst dich für eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Film, Fotografie, Grafik, Medien oder Design? Dann bist du hier genau richtig. Denn bei uns kannst du dich zwischen drei staatlich anerkannten Fachbereichen entscheiden. Im Fachbereich Film und Mediendesign geht es um die professionelle Herstellung von Bewegtbild, also Spielfilm, Werbefilm, Industriefilm und natürlich die Erstellung von Content für Social Media. In der Praxis arbeitest du hier mit Kamera, Licht, Ton, Schnitt, fürs Regie und arbeitest mit Schauspielern. Im Fachbereich Grafik und Kommunikationsdesign geht es um die Themen Illustration, Typografie und Kreativität und natürlich Gestaltung. Im Fachbereich Fotografie und neuen Medien geht es um die professionelle Fotografie in den Bereichen Mode, Fashion, Lifestyle, Architektur, Industrie, Werbung und um das Thema CGI, also Computer Generated Imagery. Aber du fragst dich jetzt bestimmt, ob es Sinn macht, eine Lehre zu machen, ein Studium oder eine Berufsausbildung. Und genau das beantworten wir dir hier am Infotag. Da hast du die Möglichkeit, den Campus während des Betriebes zu besichtigen. Wir führen dich durch die Film- und Fotostudios, in denen Praxisworkshops und Produktionen stattfinden. Wir zeigen dir das Akademie-Bistro, wir gehen durch die Studenten-Lounge, wir gehen durch die Fachbereiche, gehen in die Workstations rein und schauen uns das Tonstudio an und natürlich auch das Equipment. Im Akademie-Kino zeigen wir dir auf jeden Fall die aktuellsten Arbeiten der Studierenden. Und das Beste, am Infotag hast du auf jeden Fall genug Zeit, dich mit den Studierenden, mit den Dozenten oder eben mit der Akademieleitung über die Ausbildung auszutauschen. Wenn du dich jetzt zum Infotag anmeldest, bekommst du noch unsere Infotasche mit allen wichtigen Informationen zur Ausbildung dazu. Melde dich am besten jetzt gleich an über das Formular auf unserer Webseite. Mein Name ist Dominik Lazzi und ich bin stellvertretender Akademieleiter und dein persönlicher Ansprechpartner. Wir sehen uns am Infotag.